noch haben wir auch genug wenn ich vergrößere ich erst mal hier das field dass da noch einer arbeiten kann so wir sind aber jetzt ummauert gut das heißt ich kann hier unser tor upgraden kann mir die bogenschützen schnappen und sie dort drauf positionieren der nächste angriff kommt von hier das gebiet kann ich einnehmen hier lebt noch ein wolf so dann worker zuweisen das gibt auch dann wieder ein bisschen population bonus double sided ich weiß immer ich habe nie verstanden was double sided machen wird probieren wir einfach mal verstärkt das nein nicht wirklich und ja wir können es zu einem stonewall upgraden aber das kostet halt sehr viel stund sogar also hier irgendwas zu stein weil zu machen da müssten wir erst den stonequery upgraden ach du läufst da drüben hin okay sie kommen sie bringen leitern ok ihr leiterträger ist gefallen das war es doch aber nicht schon oder doch das war es schon ja der nächste angriff kommt wieder aus der richtung also ja was wollte ich habe noch zwei arbeiter ich muss noch weitere archer ja das produziert jetzt auch etwas ich habe aber leider jetzt keine ressourcen mehr die für trading nutzen kann also bringt mir ein weiterer markt statt links ich bräuchte dafür erst noch ein territorium so wie das hier hier errichte ich mal siege machine ok der ist neu also ja erstmal ummauere ich das hier schön da können wir könnten wir theoretisch oder wir lassen die maul halt als normale maul dann kann ich jetzt eine barracks errichten und siege so ich mache noch mehr als genug plus um noch viele weitere soldaten zu unterstützen ja kirche die will ich auch hätte ich auch gerne demnächst steine sollten nicht das problem zu sein also ich machen kann jetzt einen weiteren holzfälle einstellen ja und die attraktivität von zellen die steigt halt mit der zeit je länger wir eine haben bis zu höheres level kriegt die zelle selber so aber jetzt military erstmal eine barrack und ein siege workshop und ja in general eine kirche die kirche ist ein bisschen ja easy mode sobald die mal gebaut wurde ach können wir sie ruhig hier hin bauen so jetzt warten wir auf das holz was wir noch brauchen um hier die palisade ein bisschen abzugraden wobei es wahrscheinlich besser wäre steintürme sind gar nicht mal so teuer kann ich dich abgraden auf den steinturm nein ach ich kann hier ich kann hier siege machine bauen und sie dann mounten ah das klingt natürlich nice machen wir das einfach mal aber ich brauche einen arbeiter ich brauche dafür einen arbeiter so ok dann errichten wir hier einen stone tower von mir aus hier auch gleich einen ah und wir können die dinge auch einfach abgraden ja cool ich brauche noch einen holzfüller hinzufügen und ich brauche zwei leute in der kirche ja die kirche gibt leider keinen mut aber die priester benehmen gefallene soldaten wieder am tag so und die könnte ich jetzt theoretisch wenn ich dich hier rauf packe kann ich nicht weil der turm voll ist ok dann packe ich dich eben da drauf aha gut du bist jetzt ein ballistenturm äh ein katapultturm ich kann alle archer auswählen ich kann alle archer auswählen und position warten darauf dass wir jetzt die worker noch kriegen die können wir mal wieder abziehen im augenblick wir könnten euch beiden den eingang wegnehmen die könnten wir auch noch abreden ja schick so so da spawnt jetzt gleich wieder was moonshield man das ist nicht schön wenn du auf unsere Dings schießt okay die letzten haben gerade keine luste irgendwie okay also ja ich hätte lieber eine ballista bauen sollen das ist ein katapult na können wir euch anlocken ja 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 können wir na kommt ja ja Okay, wir haben sogar einen verloren von unseren Soldaten. Okay, wir sollten dringend gucken, dass wir den Eingang upgraden. Und vielleicht in unserer Kaserne ein paar Speerkämpfer ausbilden. Wie viel Plus haben wir noch? Ein bisschen geht noch. Machen wir mal fünf. Haben wir noch irgendwo ein Haus, was noch nicht abgegradet ist? Nicht wirklich. Oh, und wir machen auch Minusessen. Das ist nicht so gut. Okay, ich kann das Tor alleine schon zu einem Steintor upgraden. Das wäre schon mal praktisch. Das wäre echt praktisch. Dann bin ich jetzt. Bäh. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ach so, ich wollte nicht die Schwertkämpfer. So, ist unser Gefallener. Ja, das ist ein Bogenschütze gewesen. Ist auch wieder unter den Nebenden. So. So. Krieg ich jetzt wieder dann ein Plus an, da? Ja, ein ganz, ganz kleines Plus. Ja, du bräuchst eigentlich Naharbeiter. So, das zusätzliche Holz, was wir gerade so haben. Ich würde echt gerne gucken. Oh, diesmal kommen sie von dort. Also ja, ein Haus bauen. 30 die Minute. Ja, könnte reichen. Das heißt, in zwei Minuten haben wir das, was wir brauchen. Ja. Musik Und ja im Augenblick mache ich mir halt nicht die Mühe noch weitere Gebiete einzunehmen Einfach weil wir bald durch sein sollten Dann wird das letzte Show hier ein bisschen länger Ich habe hier neun Neun, neun Das sind Wie viele habe ich insgesamt? 40, ja Neun, neun und neun sind 27 Das heißt da müssten jetzt 13 auf dem stehen Nein es sind nur 12 Hier sind überall nur Arbeiter Okay machen wir es folgendermaßen Alle mal runter jetzt mal Untertitelung des ZDF, 2020 So, die ersten 9 können da hoch. Die nächsten 9 können da hoch. So, jetzt brauche ich nochmal einen 9. Für hier. Können wir noch einen leisten, oder? Ja, einen könnten wir jetzt noch leisten. Oh, und ich kann... Das Ganze in Stein verwandeln. Oh, und da greifen sie mit einem Katapult meine... Oh, das ist auch die letzte Welle. Ah. 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 So. So. Das war immer noch nicht der letzte Tag. Aber gut, ich würde sagen... Ach, das war Tag 8 erst gerade. Ich speichere hier jetzt. Let's play. Und verabschiede mich dann mal. Von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und deinen ersten Einblick in dieses Spiel. Ich muss sagen, ich finde, dass es ein cooles Spiel ist. Ja, mal sehen, was ihr so denkt drüber. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben. Vielleicht spielen wir das hier noch zu Ende irgendwann mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.